moin freunde und willkommen zurück auf meinem kanal lasst mich mal kurz ein bisschen mehr licht riskieren sagte gandalf ganz besonderer anlass heute nein eigentlich noch gar nicht so es ist im grunde mehr eine ankündigung ich habe gesehen dass mein kanal doch mit großen schritten sich den 3000 abonnenten nähert durch meine aktion im november und dezember 30 tage 30 videos hat sich relativ viel bewegt für meine verhältnisse kam da in den jeweils 28 tagen die mal als betrachtungszeitraum da aufgeführt wurden relativ viele neue abonnenten dazu so dass die sprünge über diese paar wochen relativ groß waren und ich hatte mir zu der zeit im grunde schon also letzten herbst überlegt dass ich doch gerne so eine kleine aktion machen würde ja vielleicht mit dem titel road to 3000 also der weg zu 3000 abonnenten da habe ich mir überlegt dass ich ganz gerne eine kleine va von euch hätte und in diesem zusammenhang dann auch ein paar preise an euch raus loben kann ja dass mir das im grunde ohne eigenes zutun dann so spielend leicht gelungen ist damit habe ich selber nicht gerechnet aus gesprächen heraus wurden mir sofort sachen angeboten unter anderem halt von den jungs von daily customs ganz ganz liebe grüße an den janik raus fantastische geste großartig aber auch die maxi von der altona silberwerkstatt hat mir mit dem letzten paket mit messern zum vorstellen auf meinem kanal noch ein bisschen was extra zu kommen lassen wo sie gesagt hat das kann ich dann im giveaway auf jeden fall an euch raushauen und das ist natürlich eine wahnsinnig tolle geste ganz ganz herzlichen dank dafür liebe maxi der link zu maxi shops selbstverständlich unten in der video beschreibung und zu daily customs möchte ich noch sagen zum ersten ist es großartig dass wir mittlerweile in deutschland die möglichkeit haben an custom griffschalen für victorinox ranzukommen ich glaube die victorinox sind noch weit vor den opinel in deutschland immer noch die meistverkauften taschenmesser die messerszene ist mittlerweile relativ groß schaut euch die größeren deutschen youtube kanäle zum thema an die haben 10 15 20 tausend abonnenten das heißt die szene ist doch vielleicht ein stückchen größer als wir das wenn wir uns in unseren facebook gruppen so tummeln mehr oder weniger erwarten würden also da geht schon einiges und dann einfach für die für diese relativ große szene in deutschland sowas anbieten zu können wo wir dann ein messer das 42a zu tragen konform zu tragen ist dann auch noch personalisieren können das ist eine großartige geschichte dazu kommt dass die jungs von daily customs auch noch auf den sozialen netzwerken natürlich vertreten sind unter anderem natürlich instagram und facebook und bei facebook gibt es dann natürlich auch noch eine wunderbare gruppe und die möchte ich wirklich jedem zuschauer ans herz legen schaut unbedingt da rein link zu dieser gruppe natürlich unten in der video beschreibung denn in dieser gruppe und auf dem instagram kanal erfahrt ihr natürlich von neuigkeiten als erste das heißt kommt mal wieder ein neuer drop mit griffschalen gibt es irgendwelche neuen muster neuen materialien oder sonst irgendwas da seid ihr als erstes am ball das problem ist nämlich immer dass die dinger relativ schnell ausverkauft sind ja und dann hat man seine wunschschalen wieder nicht bekommen und eventuell dauert es ein paar monate bis mal wieder welche droppen also dementsprechend wenn ihr euch für custom griffschalen interessiert und euer victorinox vielleicht irgendwann mal vielleicht so aussehen soll dann kommt auf jeden fall bei facebook in die daily customs gruppe genauso möchte ich natürlich auch noch die messerecke empfehlen links unten in der beschreibung seid ihr bei facebook unterwegs kommt in diese beiden gruppen es lohnt sich auf jeden fall ja und das ist eine lobhudelei die kommt auf jeden fall von herzen dafür muss mich keiner mit irgendwelchen giveaway präsenten beschenken da stehe ich sowas von absolut dahinter das findet sich von selbst ja dann möchte ich doch hier direkt mal auflösen ich hatte euch ja die scales vorgestellt das sind meine die habe ich ja auch montiert und zusätzlich vorgestellt habe ich euch noch die plus schalen in kupfer die sind natürlich nach wie vor in ihrem tütchen ihr seht 91 punkt 2 plus in kupfer das ist die laufende nummer 046 selbstverständlich mit unterschrift von pierre mit zertifikat diese plus scales in kupfer darf ich an euch raushauen ich habe irgendwann den janik angeschrieben habe gesagt hör mal war viel los tut mir leid hat ein paar wochen zu lang gedauert aber ich schicke jetzt die griffschalen zu und da sagte er direkt von sich aus weißt du was du kannst auch nicht auch mal wieder eine aktion starten ich dachte ja eben ich hatte meine selbst schon im hinterkopf habe dann sofort gesagt du weißt gar nicht wie gelegen das gerade kommt ich habe mir da schon was überlegt wir haben uns kurz ausgetauscht und er hat gesagt macht das auf jeden fall die scales brauchst du mir nicht zurückschicken die kannst du raushauen das heißt ein preis in meinem giveaway auf dem weg zu 3000 abonnenten sind diese kupfer custom daily customs griffschalen für ein victorinox in der 91 mm klasse aber das ist noch lange nicht alles wie gesagt die maxi ist ja auch noch in die bresche gesprungen und hat mir unter anderem ist diese drei schätzchen hier zu kommen lassen zum einen mini champ auf das teil war ich selbst immer schon scharf das mini champ in klassisch rot großartiges teil bei den anderen beiden bin ich mir jetzt gar nicht genau sicher wie die modelle heißen das kleinere das sind 84 mm glaube ich das hat nur erstmal natürlich das hamburg ist das das stadt wappen das offizielle ich glaube das ist das stadt wappen das hamburg wappen das ganze in schwarz zwei tools klinge und das kombi tool richtig richtig nettes teil dazu natürlich zahnstocher pinzette zahnstocher und pinzette das ist einer der preise und das dritte im bunde ich auch so ein bisschen verliebt schon eins aus der skyline hamburg serie wunderschön 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 ich weiß gar nicht ist das ein sparken hätte ich nachschauen müssen aber es waren keine keine nummern drauf ich muss dann anhand der tools mal recherchieren was das ist auf jeden fall 91 mm klasse die üblichen verdächtigen große klinge kleine klinge die beiden kombi tools dosen und der kapselheber ansonsten pinzette zahnstocher der korkenzieher und die stechale oder es ist eine nähe bohr und stechale ja auch ein fantastisches teil einer der preise das heißt von der maxi aus hamburg hamburger originale dreimal victorinox aus der schweiz aber das war immer noch nicht alles denn jetzt kommt noch ein richtiges highlight wer der maxi folgt wer die maxi kennt wer die altona silberwerkstatt kennt der ahnt vielleicht schon was sich hier verbirgt kleiner exkurs ist ja auch einer meiner favoriten der böcker plus kaliber 50 pen ich habe ja die version in messing im tut und finde ich von achtung scharf von david liebe grüße an der stelle raus lassen wir wieder was von dir hören und die maxi hatte eine limitierte auflage hergestellt und hat die böcker pens versilbert und sie hat mir tatsächlich eines dieser modelle zukommen lassen um es im giveaway an euch rauszuhauen das heißt ihr könnt hier einen von der altona silberwerkstatt versilberten böcker kaliber 50 pen abgreifen wunderschöne smoothen mechanik tolle handlage große mine wirklich damit schreibt ihr lange natürlich ist die kleine schutz kappe der kleine schutz pin vorne noch drauf damit ihr seht dass das ding auch neu ist ja großartig da weiß ich gar nicht was ich sagen soll da ist mir auch so ein bisschen die spucke weggeblieben als ich den entdeckt habe im paket böcker kaliber 50 pen versilbert als einer der preise für euch im giveaway ja was habe ich mir vorgestellt ich hätte gerne eine video antwort von euch das ist immer schön wenn ich von euch bestimmte dinge einfach erfahre in einem video wenn sich jemand die zeit nimmt sich hinsetzt und ein bisschen was erzählt und nicht einfach nur in den 93 sekunden irgendwas unterdreht nur um dabei gewesen zu sein ich mag das sehr wenn sich die leute dann auch ein bisschen zeit nehmen und ja deswegen habe ich mir drei fragen überlegt die so ganz klein bisschen dann auch thematisch natürlich mit all dem hier zu tun haben frage nummer eins ist was ist euer liebster messerkanal deutschsprachig und warum alternativ wenn ihr sagt lieblingskanal möchte ich mich nicht festlegen dann könnt ihr mir natürlich auch irgendeinen kanal vorstellen der eurer meinung nach noch unterrepräsentiert ist der vielleicht viel zu wenig abonnenten hat vielleicht noch ganz neu im youtube geschäft ist also entweder euren lieblingskanal mit begründung warum das euer lieblingskanal ist oder eine neuvorstellung ein kanal der man vielleicht noch nicht auf dem schirm hat als zweites würde ich ganz gerne von euch wissen generell was ist euer lieblingsmesser und warum da ist es egal ob im fix oder ein folder möchte ich einfach nur noch mal diesen querschnitt sehen ich weiß in den gruppen posten wir alle bei mir in den täglich diverses zeug da dann noch bei jedem einzelnen auszumachen was jetzt tatsächlich der favorit ist das fällt mir selbst bei engen freunden schwer wo ich die sammlung kenne und wo ich den geschmack kenne da noch zu sagen das und das messer muss es sein denn auch da verschiebt sich hin und wieder mal ein bisschen was ein zwei kandidaten habe ich da bin ich mir sicher aber mich würde halt freuen wenn ihr als zweites im video dann kurz mal erklärt was ist euer lieblingsmesser und warum bei mir ist es relativ einfach das ist definitiv zur zeit das piccolo von eckhard schmoll habe ich ja schon ein zwei mal erwähnt nicht mehr wegzudenken aus der hosentasche von daher ist diese frage relativ schnell beantwortet und frage drei welches victorinox taschenmesser würdet ihr ganz gerne mit custom griffschalen ausstatten und warum ich habe ja versucht in meinen beiden umbau videos so ein bisschen herauszustellen warum ich mich für das eine oder das andere modell entschieden habe ob tinker super tinker deluxe tinker wie auch immer sagt mir mal bitte für welches modell ihr euch entscheiden würdet würdet ihr custom griffschalen nehmen wie die plus schalen mit zahnstocher und pinzette beziehungsweise zusätzlich auch noch mit dem fach für den kugelschreiber oder würdet ihr ganz einfache griffschalen nehmen die halt auf zahnstocher und pinzette verzichten dafür zugang einfach nur gewähren zu den üblichen tools die halt am messer sonst vorhanden sind welches modell welche griffschalen würdet ihr wählen würde mich auch mal interessieren wie da so die geschmäcker sind ich habe das gefühl dass ich wenn ich bilder von den daily customs victorinox messern sehe dass sich das alles sehr stark unterscheidet der eine steht halt auf messer mit mit möglichst vielen funktionen andere wiederum sagen ein bis zwei layer reichen auf jeden fall aus ich nehme was kleines ich nehme was kompaktes weil mit den griffschalen halten bestimmtes gewicht noch zusätzlich dazu kommt also da gibt es halt diverse ansichten ich glaube wenn du zehn leute fragst kriegst du neun unterschiedliche antworten darum wäre das meine frage drei welches victorinox würdet ihr umbauen und welche schalen würdet ihr bevorzugen ja ist eine ganze menge nein ist es eigentlich nicht ihr braucht nur drei fragen zu beantworten lieblingskanal oder alternativen newcomer kanal euer lieblingsmesser mit einer begründung warum es das ist und als drittes welches victorinox würdet ihr gerne umbauen und wie ja das ist es im grunde schon das hätte ich ganz gerne in der video antwort natürlich soll das ganze wieder einem bestimmten prozedere folgen zum einen zur teilnahme solltet ihr natürlich abonnent meines kanals zum zweiten bitte bitte postet mir die den link zu eurer video antwort in die kommentare im titel sollte auch va für an die 18 78 stehen damit ich die videos im zweifelsfall auch so wiederfinden kann die links zu euren lieblings messern wäre natürlich cool wenn die in eurer video beschreibung sind genauso die links zu den kanälen die ihr empfehlen möchtet entweder als lieblingskanal oder als empfehlung als newcomer das wäre natürlich toll wenn die auch dabei sind dass da im grunde dann aus dieser ganzen videoaktion so eine art lawine wird wovon dann vielleicht alle ein stück weit profitieren können also vergesst die links nicht vergesst die erwähnung im titel nicht und packt auf jeden fall den link zu eurer va in die kommentare das wäre auf jeden fall so die rahmen bedingung ansonsten würde ich das ding gerne wir haben heute den dritten februar glaube ich muss ich kurz auf den kalender gucken dritter märz ja das problem wenn er februar nur 28 tage hat und der kalender dann noch auf der 31 steht weil man noch nicht umgestellt hat seit drei tagen also wir haben heute den dritten märz und ich würde das ganze gerne laufen lassen bis zum ersten mai das ist ein feiertag ein bundesweiter 24 uhr das heißt diejenigen die es dann verpennt haben ich werde wahrscheinlich hin und wieder nochmal darauf hinweisen die hätten dann am ersten mai selber nochmal die möglichkeit das ist ein mittwoch die möglichkeit da noch mal schnell nachzudrehen die das letzte giveaway bei 2222 abonnenten das war von den video antworten sehr sehr dünn da hatte im grunde fast jeder die chance auf einen gewinn weil da so wenig video antworten kam ich hoffe mal sehr dass es diesmal von der beteiligung ein ganz klein bisschen mehr wird ich finde die preise sind absolut traumhaft schön da ist fünf preise über die man sich wo man sich im grunde über jeden einzelnen tierisch freuen sollte wenn man es gewinnt natürlich zwei herausragende preise dabei das weiß ich selber aber alle fünf finde ich ganz ganz toll ganz lieben dank nochmal an die maxi von der altona silberwerkstatt danke an den jannik von daily customs danke an euch dass ihr seit jahren meine videos schaut es sind ja mittlerweile deutlich über 500 stück den kanal gibt es jetzt mittlerweile fast elf jahre das ist also wirklich schon ja da ist ganz schön was zusammengekommen im laufe der zeit ich freue mich auf den punkt wenn wir gemeinsam die 3000 knacken ich freue mich auf eure video antworten nochmal ganz 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 herzlichen dank dass ihr so lange schon meine videos anschaut und immer noch dabei seid und immer noch einschaltet auch wenn die algorithmen nicht immer mit uns waren in letzter zeit hat es also ihr wisst dass selber viele probleme gegeben aber das ist eine andere geschichte jetzt ist erstmal grund sich zu freuen auf demnächst 3000 abonnenten und für ein paar von euch dann vielleicht auch über ein paar tolle preise ja das soll es gewesen sein viel zu lang geschwafelt ich habe gedacht ich kriege das video unter zehn minuten hin egal wie oft ich das denke es geht jedes mal in die hose von daher habt eine schöne zeit dreht mir eine va und ich sage wir sehen hören und lesen uns schon bald wieder bis dahin bei bei